voll energie habe ich alles klar das war das alter Alter. Ich seh dich trotzdem. Voll ausgewichen. Greifen an, Junge. Ei, ei, ei. Wo ist er jetzt? Da bist du. Nee, nee. Hörst du auf? Komm mal hier hin. Da sehe ich dich besser. Kann ich noch raus? Idiot. Volles Gesicht. Ich kann auch fern anklicken. Hörst du jetzt auf. Hiya. Komm runter. Du kleiner Dreckiger. Schieße ab. Ei. Fiese Attacke. Komm her. Hör auf zu blocken, Mann. Ups. Yes. Oh. Fiese Attacke, Mann. Get blocked. Komm's noch runter. Yes, come her. Nein. Das kann nicht sein. Was hat er gesagt? Es war ein schwerer Fehler. Warum? Zorn des Wolfes. Runenbeschwörung. Okay. Runenbeschwörungen. Sie haben eine Runenbeschwörung erhalten. Runenbeschwörungen können im Waffenmenü am Klauenbogen ausgerüstet werden. Halten Sie Vierecke gedrückt, um Runenbeschwörung zu aktivieren. Okay. Zurzeit leer. Hier werden Runenbeschwörungen ausgerüstet. Runenbeschwörungen können in der Welt gefunden werden. Zorn des Wolfes. Oh, cool. Guck mal. Beschwörte einen Spektralwolf, der sich dreimal auf Gegner stürzt. Nice. Mitnehmen. Was haben wir hier? Ich. Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Was haben wir jetzt bekommen? Huh. Ich habe gerade nicht gesehen, was wir noch bekommen haben. Huh. Es wird auch nichts angezeigt, dass ich etwas Neues gekriegt habe. Okay. So, alles klar. Cool. Und wie aktivierst du das? Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Ich weiß sie schon gar nicht mehr. Junge, lies das. Junge, was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Atreus. Vergiss es. Ach, schön. Huh. Okay, wir gehen zurück zu Tyrus-Tempel. Haben wir alles hier? Eine Kriegsbeute fehlt uns, verdammt. Eine fehlt. War sie im Licht? Wer? Na, sie. Nein. War sie nicht. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge. Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Nein. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Ich weiß, es war nicht leicht. In dem Licht waren für mich nur Minuten vergangen. Falls dich das irgendwie tröstet. Das ist gut zu wissen. Wirklich. Also, gehen wir zurück nach Midgard. Zum schwarzen Atem. Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen? Ich würde gerne hierbleiben, ehrlich gesagt. Was ist das? Sind es da oben Glocken? Nein. Keine, die ansieht. Ich gebe dir sicherlich noch ein paar Sachen zu sehen und zu finden. Aber ich möchte jetzt nicht so viel Zeit hier verlieren. Über diese Lichtalben jetzt. Oh, verdammt. Zurück nach Midgard reisen. Was spricht dich an? Sie haben einige verlorene Gegenstände. Das sind Gegenstände, die Sie auf dem Schlachtfeld hinterlassen haben. Drücken Sie, um das verlorene Gegenstandmenü auszuwählen. Geprägtes Wappen der Beharrlichkeit. Was ist das denn? Schuppen, Huhnen, Schulterplatten. Ich habe das nicht mal an, warum soll ich das verbessern, wenn ich das nicht anhabe? Ich kann sowieso nichts herstellen. Das ist nur Kaufen, okay. Das ist nur Kaufen, okay. Haus da rein. Oh, guck mal hier. Habe ich das am Anfang übersehen? Oder geht es erst jetzt? Symbol der Schatten erhalten. Vater, ich musste etwas beichten. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das ich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Na ja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, wovor sie Angst hatte. Hm, wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. Das habe ich auch eiskalt übersehen. Was steht da? Ja. Das haben wir doch schon mal gelesen. Was steht da? Es geht um den ewigen Krieg um das Licht. Meinst du, er endet nach dem, was wir getan haben? Unwahrscheinlich. Hm, keine Ahnung. Irgendwo war noch so eine Wand, wo noch was stand. Aber ich konnte sie nicht aktivieren, weil ich keinen Kristall hatte. Naja, wir gehen jetzt einfach zurück. Was ich verpasst habe, habe ich verpasst. Zur Not kann man immer noch kurz zurückkehren und das Zeug holen. Ich weiß, was ganz wichtiges hier sein sollte, aber ich glaube nicht. Und wenn schon. Rock ist auch nicht da, guck mal. Die Drecksau. Öff, nötig. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Okay. Ab nach Hause. Midgard ist der Mittelpunkt der Welten. Drücken Sie Dreieck, um nach Midgard zurückzukehren. Verrückte Vorstellungen, dass alle Welten am gleichen Ort existieren. Eine über der anderen. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. Zum Berg zurückkehren. Alles klar. Das ist der Kristall von Midgard. Coole Farbe. Die Hexe müsste doch hier wieder sein, oder? Wir waren in einer anderen Welt und trafen deinen Bruder. Halt. Falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Hm? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Zeichen der Zwerge plus eins. Verbessert. Verbessert, indem er einmal draufgehauen hat. Wie hast du das gemacht? Was hast du gemacht? Ich sehe nix. Nöp, nöp, nöp. Aus welcher Welt hat's euch jeher verschlagen? Lasst mich raten. Auf Heim? Richtig geraten. Den Geruch erkenne ich überall. Hat früher viel Zeit dort verbracht. Aber das darf ich jetzt nicht mehr wegen des, äh, Zwischenfalls. Was ist passiert? Weiß ja nicht, ob dein alter Herr es gut findet, wenn ich es dir erzähle, weil Fluchen und Stehlen und Hurerei damit zu tun hatten. Was? Richte nicht über mich. Ihr seid's doch, die nach Alp stinken. Da werden einfache Änderungen in Wacht. Jetzt hau ab! Meine Arbeit macht sich auch nicht von allein. Rüsten wir dich aus. Bin nicht so frech, mein Freund. Herstellen. Verteidiger Kürers. Metallplatten Schulterschutz. Das ist auch nicht schlecht. Das ist halt so eine Mega-Rüstung. Ich will nicht so krass aussehen. Ich will lieber so aussehen. Das kann ich noch nicht herstellen. Apfel sinkt dabei, aber wir können sie ja verbessern. Ja, 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 ja. Hm. Ruhenkraft sinkt dabei. Ah, die andere können wir nicht mehr verbessern. Guck mal. Wir stellen die her. Ah, verdammt. Wollte endlich ausrüsten. Egal. So. Da kann ich eh nichts mehr machen. Und die, die ich habe, sind am coolsten. Ja, Junge? Uh, Atreus. Du hast neue Rüstungen. Überragendes Runengewand hast du hier. Heilungssteinvorlage. Manchmal findet Atreus Heilungssteiner. Wenn Kratos verletzt ist, Heilungssteinverstärkung. Erhöht die Heilungssteinwirksamkeit. Gegen deine Luft erleiden mehr Schaden. Beim Schnellfeuer verursacht der L.S. Fall mehr Schaden. Hm. Ich könnte dir dann das mal geben, aber das kostet ja mega viel Kohle, man. Was noch? Ja. Ist auch schon am Limit, was ich da habe. Dafür steigt die Abwehr enorm. Nee, eigentlich nicht, aber. Und hier? Auch nicht. Hm. So. Oh. Verdammt nochmal. Ausrüsten wollte ich machen. Alles klar. Seltenen Zauber erzeugen. Einfachen Zauber erzeugen. Ich kann mal was verkaufen hier gleich. Muss man das verkaufen? Ach komm, das mal. So. Ich möchte gerne eine neue Rüstung anlegen. Was habe ich denn hier für ein... Mache ich hätte das von den Alfheimen. Okay. Das kann ich dann gleich weg machen. So. Metallschulterplatten bitte. Was machen wir denn rein? War das langweilig? Symbol der Schatten. Nö. Machen wir dann vielleicht das hier. Das ist doch ganz gut. Bäh. Hast du noch geredet? Passt rein. Ich gehe weiter. Kennst du noch den Weg zurück zum schwarzen Atem? Na klar. Wir müssen über die Brücke zum Warnahelm-Turm gehen. Gehen wir zum schwarzen Atem? Oder sind wir uns um? Deine Wahl. Hm. Theoretisch könnten wir nochmal so einen... Kampf machen gegen Welpenriss dort hinten. Ich würde mal gucken, ob er jetzt da nochmal reinpustet. Ich tue es nicht, wenn du es nicht tust. Ne. Dann noch nicht. Ne. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Da. An der Torstatue sind wir vorbeigerudert, als wir von der Hexe kamen. Und welche Richtung ist das? Es ist Vormittag. Die Sonne ist da drüben. Also? Ist das Süden? Südwesten? Gut. Ne. Das macht erst dann Sinn, wieder da hinzugehen, wenn das Wasser wieder abgelassen wird. Nimm das, Mann! Direkt hinter dir! Das ist direkt vor mir, Mann! Ja. ское das ist das team ist da drin. Ja! Ah! はい! Ja, etme! Ja! Ja, das! Ja! Ja! Du! Ja! Ja, war ganz gut. Drauger, schnell. Was ist furchterregender als ein Drauger? Ein Drauger, der ganz schnell auf dich zurennt. Mutter sagte, manche Drauger haben besondere Kräfte und diese hier stoßen Feuer aus ihren Beinen aus und bewegen sich im Kampf sehr flink. Wir müssen vorsichtig sein. Das sind genau die, die beim Weltmordriss waren. Kannst du das jetzt lesen? Ja, da fehlt eine, Mann. Eine Chiffre fehlt. Die waren ja schon überall. Ja, ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. Weiter oben. Das Ganze abballern. Wozu? Ah, warte. Ein Weltenriss. Oh Gott. Okay. Vielleicht zwei Stück. Oh, zu. Ich darf sie nur nicht hinter mich kommen lassen, diese Schweine. Nee, nee. Sag mir wann. Sag mir wann. Ich werde sterben. Ich bin tot. Ich kann aber mich wiederholen. Oh Gott, Mann. Hexen. Ich hasse Hexen, Mann. Das ist okay. Sollen die da hinten rumgammeln? Was soll das? Guck hier nicht so rum. Oh Gott, Vorsicht. Oh Gott, Vorsicht. Na? Die sind halt nicht zu zweit, wenn die so schweinen. Ja, wir sind so Sauen. Ups. Jetzt waren schon die ganze Zeit nur zwei. Naja, das nicht. Oh, wir können das aktivieren. Da können wir eine, was ich dich bashen. Oh Gott, ich muss weg. Ich muss die halt angreifen, verdammt. Das sind scheiß Hexen, Mann. Komm her, Mann. Willst du noch? Weil ihr beide noch so viel. Komm mal vor jetzt. Versteck sich da hinten. Oh Gott, ich hab's nicht gesehen. Oh, verflucht, ey. Hexen, Mann. Ich sag's euch. Dass sie so stark sind, das ist super frech. Ich würd sagen, wir machen's noch einmal. Einmal kämpfen wir gegen die noch. Und dann hören wir auch. Also nicht aufhören, sondern kämpfen nicht nochmal gegen die. Ja, schön. Wieso Hexen? Ich möchte jetzt nicht. Das ist halt diese Drecksattacke. Ich hasse die. Was? Was war das denn? Alles klar, nee. Gegen die kämpfen wir nicht nochmal. Alter, es war ein Einschlag, ey. Und ich war sofort tot. Nee, ist noch viel zu heftig. Noch viel zu heftig. Ich kann sie nicht lesen. Warum nicht? Leckt mich, Mann. Wunderfalls aber auch. Hey, wo ist der Kristall? Wollte ich gerade sagen. Stimmt, war es vielleicht diese Wand, die ich gesehen habe? Die ich gemeint habe in Alfheim? Die ich noch nicht aktiviert hatte? Wieso gibt es das hier? Junge, hierher. Please, Junge. Noch eine Markierung. Was haben wir hier? Hütet euch vor Seidr. Hütet euch vor Seidr und allem, die es praktizieren. Ihr Zauberwerk ist heimtückisch und stets im Wandel, wie auch die Seelen derer, die es meistern. Je mehr Macht sie anrufen, desto weniger verbleibt von ihnen selbst. Entstehen so Wiedergängerinnen? Meint er die Hexe? Kann ich mir gut vorstellen. Hopp. Okay. Wieder zurück in Vorland. Was haben wir bald ? Geigen mal noch nicht geholfen, wo ich Ihnen ein Gerät Vielen Dank.